Hey meine Fanys, ich bin's, euer Luca. Ja, ich möchte euch einfach mal ein riesengroßes Dankeschön sagen, seid ihr immer noch nach einem Jahr auf meiner Seite und ich bin jetzt gerade auf der Thank You To The Fans Tour mit Daniele zusammen und es ist einfach der Wahnsinn, wie er mich immer unterstützt und die Hallen sind immer noch voll und ich habe eben gerade gesagt, mein Traum und ich glaube auch euer Traum ist es mal, in einem riesen Stadion zu spielen und jetzt kommt da gleich mein neues Album, Living The Dream. Ich hoffe, euch gefällt's und ja, ist einfach geil, euch an meiner Seite zu haben. Ich liebe euch alle. Oh, es geht noch 30 Sekunden und ich liebe euch und ja, hey Stefanie, hey Lisa, ihr seid der Hammer, Antonella, Barbara, Michelle, Kurt, Stefan, alle meine Fans, ihr seid so super und ich fand es einfach geil, auch schon bei DSDS, wo ich das alles gestartet habe, habt ihr alle für mich angerufen und jetzt seid ihr super. und jetzt seid ihr immer noch hier und ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn wir mal eine Living The Dream Tour machen können. Schon fertig? Okay, schon fertig, aber ich liebe euch einfach alle. Bleibt dran, ich habe euch lieb. Ciao.